jo Leute ich bin es wieder euer DJDream und ich heiße euch herzlich willkommen in Raw Thunder heute ist wieder ein ganz besonderer Tag heute jetzt nicht nur Schiffe fahren heute ist was ganz besonderes für diejenigen die das schon die ganzen Jahre kennen so gegen 1. Mai gibt es dann immer wieder so ein ja besonderes Event kann man sagen wo halt alles ein bisschen billiger ist sei es jetzt hier die Golden Eagles äh nicht Golden Eagles ähm ja genau äh die Kosten fürs Premium Konto hier für 90 oder 365 Tage wie ihr seht oder halt generell alles hier ja Premium Fahrzeuge Flugzeuge der ganze Premium Kram billiger generell wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Sachen schon erforscht habt und wolltet äh äh wollt ihr euch jetzt kaufen jetzt wird es sich lohnen bei 30% ne wird es sich lohnen also ich habe schon hier losgelegt ich hole mir jetzt noch den da also ich mache den danach her noch und das hier habe ich schon weil der war vorher deutlich teurer 30% billiger ist mir deutlich lieber ne einfach genial ja und da lohnt sich das jetzt momentan wieder vollstart hier durchziehen ja 30% bei einigen sieht das ein bisschen kurios aus hier nicht schlecht äh gut XP55 ist nicht mein Flugzeug ne ähm normalerweise ne Kosten 3.900 jetzt 2.730 als ihr seht es lohnt sich es lohnt sich jetzt wieder einzukaufen wer jetzt da Interesse dran hat ne ach Entschuldigung ja Räusper Räusper ja ich werde jetzt Schiffe fahren aus einem bestimmten Grund ich stehe kurz davor die Wyoming nicht frei zu schalten und jetzt mal ehrlich Leute 22.000 Forschungspunkte ja gut jetzt in der Runde wird es nicht zu schaffen sein ne in der Runde nicht obwohl ich habe hier zwei dicke Booster also ja gut zwei 15er Booster am Laufen naja so dick sind die auch wieder nicht aber ne es geht außerdem habe ich noch eine Einstellung äh verändert ich habe wieder diese Auxilla Dinger da angeschaltet wo hat man es ähm nein Moment ich finde es gleich wieder hangover was irgendwo war es ja keine Ahnung ach Flugzeuge bin ich denn deppert hier ach Entschuldigt Leute ich denke schon so hä warum funktioniert da nichts so ich habe dieses Main and Auxilla Kaliber Shooting Right on Button eingeschaltet wer nicht so ganz genau weiß äh was bedeutet das wir äh jedes Schiff oder einige äh also jeder Kreuz hat ja auch Zusatzbewaffnung ne hier so die Zusatz äh Kanonen hier vom Kaliber ähm 5 Inch hier 8 Stück hier seitlich und die schießen ja normalerweise immer äh so mittelmäßig ungenau äh auf die Ziele manchmal treffen sie auch aber eher so mittelmaß und wenn ihr das einstellt für diejenigen die es jetzt nicht wissen dann könnt ihr mit denen hier auch schießen wie mit den Hauptkanonen ne müsst ihr nicht extra umschalten auf alt oder keine Ahnung welche die Taste die ihr da ausgewählt habt sondern äh habt sie einfach so mittendrin ne schon so ihr werdet sehen wie ich es mein so auf in die Schlacht und wow es geht schon los haha Fidschi Inseln yeah ja hauptsache hier gibt kein Erdbeben hauptsache hier gibt es keins aah ja war ja irgendwie klar ja was ich jetzt mit den Fidschi äh was ich jetzt damit meine mit mit Erdbeben vielleicht hat es einer von euch da draußen mitgekriegt weil ich habe hier so eine Erdbeben App auf meinem Handy und bei den Fidschi Inseln ist momentan im naja ist ganz schön richtig am krachen da also na da ist richtig ich hoffe mal da wohnen nicht so viele Leute die es dann abkriegen wäre doch recht schade um die Menschen ne ist doch recht traurig dann wow jetzt hier die Zusatzgeschütze schützen doch auch vorher ein echt krass Teil und die laden so schnell nach schneller als das Hauptgeschütz so so und ich treff nix ich treff nicht mal einen Kojoten ne 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 ist ich das falsch oder nö selbst das Ding gibt mir hier recht aber irgendwie treff ich mich hm was bauz 150mm äh kein Klassenschimmer alter äh man muss tiefer ziehen oder was ist los ich glaube der hängt wirklich ganz knapp am 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 Rand hier äh von dieser Insel rum hab ich so das Gefühl naja gut ich könnte natürlich querbeet machen ich machs auch da sind oh treffer hauptgeschütz erwischt ah der hat nicht mehr viel der hat nicht mehr viel der hat jetzt noch 4% wenn die treffen jetzt mein Kill ok ich fahr mal in die andere Richtung ach schade den hat mir einer geklaut ich fahr mal in die andere Richtung das ist mir allmählich hier zu dämlich da ok was ist mit dem sehr schön der macht doch langsam ja das ist auch ziemlich angestrahlen der Kerl oh ich glaube ich ziele zu weit vor das ist ganz praktisch mit den zusatzgeschützen mit den kleinen ne kann man natürlich dann wunderbar benutzen hier um auch das wunderbar hier abzuschätzen ja auf jeden Fall ok das war grad richtig ach komm schon ja volltreffer aber richtig mit schmackes richtig mit schmackes reingedrückt oh ja da war grad der Soundweg aber das ist ja nicht das erste Mal dass das schon passiert ist das ist ja schon ein paar Mal vorgekommen dass da mal der Sound weggefallen ist Abschusshilfe das äh ich pfeffer da die ganze Menge an Munition rein und krieg ne Abschusshilfe da 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 freu ich mich gar nicht drüber ich werd jetzt nicht der einzige sein der da auf den drauf schießt aber da irgendwie so aussieht sind da so einige da sind so einige eigentlich müssten wir ja C holen wie sieht's denn aus von der Karte her eigentlich müssten wir C holen B wird ein bisschen kurios Eider fährt da schon rein ich kann mit meinem Kreuzer da nicht reinfahren weil das Wasser ist einfach wirklich zu seicht ich bin da so so richtig der Gearschte dann anschließend also ich sollte da nicht rein fahren außer ich stehe jetzt drauf mich abknallen zu lassen oh den haben sie aber ganz schnell vergrüßt gesammelt mach doch langsam mal oder ja kriegt ihr noch was ab? kriegt es mir ab im richtigen Moment zieh dir rum guck mal sich den an das ist eine coole Socke im richtigen Moment zieht er einfach quer rum ich kann jetzt nur noch hoffen dass meine Chance trotzdem trifft ja ja komm immerhin bewegt er sich nicht mehr so schnell ach Gott im Himmel das war jetzt Pech das war jetzt unglaubliches Pech Leute egal dann machen wir den nächsten Cäsar was? Cäsarau Cäsarau hm keine Ahnung vielleicht wollte er Cäsar schreiben ja viele Namen sind ja hier dermaßen von vergeben also wenn ihr euch so einen Namen geben wollt wie Julius Cäsar oder sowas na ähm ja probiert es mal mit Julius Cäsar Maximus oder sowas das funktioniert eventuell noch vielleicht ich weiß es nicht oder keine Ahnung Minimus Maximus obwohl den habe ich schon mal gelesen ich weiß nicht ob es in diesem Spiel war komm schon komm schon der brennt der ist so dermaßen im Eimer und trotzdem lebt er einfach jetzt komm schon geht auf mein Freund Treffer Treffer oh 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 okay okay da kommt ein Top der könnte für mich gefährlich werden rüber rüber komm schon fette Oschi müssen ja nur dran vorbei mehr nicht mehr nicht wunderbar hat auch noch funktioniert das hat auch gut funktioniert ja mir ist aufgefallen dass dieses Auxilla Ding einige wieder verwenden nachdem da ein paar Fixes rausgekommen sind weil das hat öfters mal zu Problemen geführt oh nein schon wieder eine Abschlusshilfe heute gibt es nur Abschlusshilfen obwohl das stimmt nicht ich habe vor ein paar Minuten die war wirklich preisgekrönt also die ging richtig geil ab ach Gott wo kommen denn wieviel Torps kommen denn da noch so sag mal ich habe so die Befürchtung dass hier ne Dings ist ne Shimakase ne da ist nur ne 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 Aaaaah ich habe sogar Wasserbomben und seine Torpedos zerstört immerhin Aua Huuu Schwerreffer der Brüder Torps sag mal wer schickt denn hier ständig die Torps durch die Gegend Huuu Shit der hat aber ganz schön was abgekriegt ich glaube der überlebt nicht mehr lang der ist mit seiner Licht viel total überfordert der überlebt der überlebt jetzt gar nicht mehr lang deshalb sag ich ja das ist der Vorteil mit den ganzen ne die Hauptgeschütze die Bereitschaftsmunition ist jetzt weg die muss erstmal nachgelegt werden also da ist das hier ganz praktisch oh Mist rüberziehen 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 alter ey wie viele Torps da noch kommen ich hoffe mal ich kriege noch mehr ab hier nein die Schüsse gehen ganz quer hinaus wo Hätte mich auch gewundert wenn es nicht geklappt hätte ach da hinten ist ne Summers dann drücke ich doch mal der Summers da hinten eine rein ja glaube ich das funktioniert nein natürlich nicht noch mal Torps wo diesmal ich seh keine ich sollte mal ein bisschen mich anders da stellen die haben mich alle jetzt schön auf dem auf dem Visier vielleicht die Munition wechseln wir auch ne schlaue Idee au oh da hättest ne Moffett ne Moffi und schon haben wir das Rätsel gelöst wo kommen die ganzen Torps her ne Moffett ist natürlich der Torpskönig scheiße ich hab nicht mehr viel mein Schiff ist gleich durch kommschau ein bisschen durchhalten nur ein bisschen noch klein bisschen durchhalten ich würde die Moffett noch holen oah aah Mist Mist ja da hat mich die Trenten erwischt so ein Mist aber auch egal was soll's was soll's hab ich noch ein Schiff zur Verfügung wir nehmen ich nehm jetzt die Hemden oder die Detroit da haste wieder ne quere schwere Auswahl ne ah die Hemden die macht's schon die Hemden macht's die ist schon top jo und ich spawne sogar auf der richtigen Ecke denn das hier ist natürlich ein sehr gutes Spiel hey seht euch das an jo gut getroffen Kumpel oh hat er sich selbst umgebracht ich würde mal definitiv sagen ja der hat sich selbst umgebracht war ne geniale Aktion aber leider war er zu nah am geschehenes dran und hat sich somit getötet tut mir leid für ihn tut mir echt definitiv tut's mir leid also das hätte anders da laufen können aber er war einfach zu nah dran boah Mann oh Mann oh Mann ok was ist das denn denn oh ich glaub das ist ein Japaner ich glaub das ist ein japanisches Schiff ich bin nicht ganz sicher aber es sieht japanisch aus ja ich glaub das ist ein japanisches Monstrum ach guck mal wer beschießt uns denn da der Typ da hinten oh habt ihr es gehört? da ist der Soundschuh wieder weggeblieben da war der Sound wieder weg zum 8 wievielten auch mal so machen wir erstmal den da obwohl der Zerstörer auch gefährlich ist muss man dazu sagen aber bei dem hier habe ich eher das Gefühl dass er mir sehr übel wiegen kann ok Puuuut hab ich noch ganz gut getroffen der ist nur noch 55% der nervt mit seinen kleinen Pikzereien dahinten der nervt ein bisschen komm den schubsen wir mal ganz schnell komm dieser Andreas da den schubsen wir mal ganz schnell damit es Ruhe ist sind wir am verlieren? definitiv würde ich sagen und und gut ach der ein Lucky warte auf hä hä was ist jetzt mit meinen Schüssen los ich hab dir das gesehen die sind kurz vor seinen kurz vor ihnen explodiert am meisten kurios hä die sind vorher explodiert habe ich aus der sehen die falsche Munition eingepackt haa ja guck wir doch mal gleich mal was was wir für einen Fehler gemacht haben erstmal das da schön wunderbar ich würde sagen bei der Panzer Cola können wir jetzt langsam auf ein neues Ruder setzen so jetzt gucken wir doch mal was wir da von Munition haben oh oh jo na ist ja klar dass das nicht funktioniert dass die vorher explodieren ja das sind mit Distanz zu lernen super gegen Flugzeuge aber die Schiffe sind kaum einsetzbar man kann es machen ja man kann sie einsetzen aber es ist nicht so richtig gut effektiv da sind die hier tausendmal besser äh das wusste ich nicht das wusste ich nicht dass die da das mich schon gewundert ich hab auch schon gedacht mit denen hier habe ich nichts erreicht aber hm naja was solls voila was solls schade aber keine schlechte Runde hat richtig Bock gemacht war richtig geil auch wenn wir die Runde verloren haben ein bisschen Kohle habe ich auch gemacht ein bisschen wenig Points gemacht hier für die Wyoming das heißt ich müsste jetzt noch ein paar Runden absolvieren dann habe ich die Wyoming endlich mal freigeschaltet nach so langer Zeit und dann mache ich doch langsam mal die USS Fargo ja von der war ich noch nicht so begeistert ich habe die noch nicht so oft in Action gesehen und ne vor ein paar Tagen habe ich jetzt noch mal so 2-3 Stück davon gesehen die es probiert haben damit ja ne ne ja scheint macht schon was her ne macht schon was her man kann nicht meckern hat ja genug Flugabwehrsystem also Möglichkeiten ne hier die 20mm Olicons da 12 Stück gegen Flugzeug ist das Ding sehr effektiv schade dass ich den hier nicht mitnehmen kann aber das wäre schon ein bisschen zu fies weil ich habe hier die Zuni Raketen drauf und ja da geht schon ne da geht schon ein das geht natürlich bald sobald ich den freigeschaltet habe ne die Wyoming und rein nehme und dann kann ich dieses Flugzeug auspacken und dann also wer sich mit Zuni Raketen jetzt nicht so auskennt ne 457mm Durchschlag also aus einem aus einem ziemlich guten Winkel abgefeuert auf ein feindliches Schiff würde ich sagen blong 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 aua 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 und die Entfernung ist scheißegal Hauptsache ich habe den Winkel zwischen 0 und 30 drin ne weil er sagt eigentlich 0 0 ist das beste und ja ist einfach mal absolut gut damit könnte man so richtig gerade bei schweren Kreuzern könnte man auch richtig schön gut Damage hinterlassen obwohl ich sagen muss Japan ist auch geil hier ist viel schöne Auswahl ja gut 2000 Pfund Bomben hier die tun natürlich richtig Aua machen ne damit knackt man natürlich jedes Schiff ey aber erstmal damit auf Höhe kommt ne das ist so die andere Geschichte das ist immer so die andere Geschichte ja Leute das war's ich hoffe mal ihr habt ein wunderschönes Wochenende nämlich ich wünsche euch ein schönes Wochenende Montag geht es dann wieder auf ganz normal realistisch fahren also realistisch ähm mit Flugzeug anfangs ne Panzeröffel Schiffe ihr kennt das die Folge ja und ja ja ich werde jetzt hier was ich noch schnell machen werde von den Franzosen ist das oder ist das die Franzosen jetzt ich glaube das ist die Französische äh Bf 109 durch den 5 äh wow ok durch den 30er vergünstigung ne habe ich ja schon Vorteile und daher dass ich hier noch ähm den 5 Prozent eingeschaltet habe kann ich mir kaufen äh nö what hä ok wartet ähm ok steht das da drauf zu welcher Generation steht da nicht drauf nur Bf 109 G6 hm das Zeichen von der Bf 109 von der Premium ne das irritiert mich halt so ähm weil hier ist genau sowas drauf aber ich denke mir wir müssen mal bei den Italienern gucken vielleicht kommt äh ist es da ja da ist es ist ja immer noch teuer ist ja immer noch teuer guckt euch das mal an äh ich weiß nicht für 3000 äh na ich überlegs mir noch definitiv obwohl ich wollte mir mal wieder ein paar Thalesmänner kaufen das ist eher so in meiner Liste drin ne Thalesmännchen kaufen für bluh ja wer weiß ne für wer weiß bei ein paar Nationen ist das notwendig hier zum Beispiel bräuchte ich zumindest ein bisschen ja gut da hab ich ein Thalesmänner schon dafür gekauft aber vielleicht bei den Panzern oder bei den Helis gucken wir mal was sich da so ergeben tut ne schauen wir mal naja gut dann äh wünsche euch allen einen wunderschönen Tag ich möchte noch schnell euch was zeigen ähm und dann mach ich wirklich hier dicht Leute ne ich hab ja wieder E-Sport Kisten gekauft ne und hab sie jetzt endlich endlich gezogen perverse Farbe ja aber irgendwie siehts nice aus ich weiß nicht wenn jemand von so ne von diesem Jet abgeknallt wird und sieht an dem Skin sagt er sich automatisch alter ne geht doch gar nicht aber irgendwie hat das was das hat irgendwas ich weiß nicht ich bin kein Fan von der Farbe rosa oder pink aber irgendwie mit dem Schwarz hat das was ne ne gibt mal ein Kombi ab ob euch diese Skin gefällt also irgendwie hat das was allerdings äh auf die Frage hin wie viele von diesen Kisten musste ich öffnen um das rauszuziehen ich glaube es waren jetzt 23 Kisten ich bin mir nicht so sicher ich hab's nicht alle mitgezählt aber nach 23 oder vielleicht sogar 30 Kisten hab ich dann endlich mal diesen Skin gezogen ähm fragt bloß nicht wieviel Kohle ich investiert hab gut einen eine Kiste hab ich ja bekommen äh durch diese äh ranking hier Season Dinger da ne im Übrigen das Jahr abgeschlossen ich hab nun meinen äh Titel bekommen ja ich hab einen neuen Titel bekommen jetzt gehen wir auch mal schnell kurz Moment wo ist er da Ranking Challenge Season 1 Parti Partzipant was auch immer nochmal was ein Partzipant ich muss rausfinden was das ist ähm ja ganz geil ne mach ich bei so ein Ding nochmal mit ja ja hab ich schon vor also nächste Woche auf jeden Fall hier ne ach ne es geht schon am 1. Mai wieder los oah dann überlege es mir ob ich es mache dann überlege es mir obwohl kurz mal gucken was kriegen wir was dürfen wir nehmen oah 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 Kurvenkämpfer naja es geht J2 ist nicht der absolute Kurvenkämpfer aber ist trotzdem nicht schlecht oah oah das ist schon wieder oah ja da fang ich schon wieder an zu schwärmen vielleicht mache ich mit ne auf jeden Fall lohnt sich das für jeden für jeden für jeden von euch ne wenn ihr euch da so ein bisschen mal duellieren wollt man kriegt immer erfahrungen rein gut ich habe auch schon Niederlagen erlebt und habe mich zu Tode geärgert aber letztendlich dafür ist es doch da man lernt halt aus den Fehlern ne man lernt einfach so ja gut aber jetzt mal Schluss wenn es euch gefallen hat lasst mir doch mal ein Like und ein Abo da ansonsten ein wunderschönes Wochenende ich drücke euch die Daumen dass bei euch die Sonne scheint und ihr nach draußen gehen könnt und die warme Luft und Co alles genießen könnt hier geht es wieder langsam mit Geschiffe los ne super ja Regen ist wieder über meine Stadt gekommen sieht nicht so schön aus zwischenzeitlich mal ein paar ja ein paar Lücken aber dann regnet schon wieder ziemlich stark naja das müssen wir mal machen ne man kriegt nicht jedes Mal was man will sonst wäre ich jetzt auch gern mal weil hier ist eine Nähe bei mir ist nicht mal entfernt ein Wald und da riecht gerade der Bärlauch und das riecht so hmmm ich weiß nicht wer es gibt Leute die mögen das nicht aber ich mag diesen Geruch ey das ist richtig Gottlike dazu durchzuspazieren und dann hier den Geruch vom Bärlauch da geht das Herz auf naja gut aber jetzt ist mal Schluss also Leute wir hören uns beim nächsten Mal ne bis dann ciao